Hallo, und weiter geht's mit einer Runde Pokémon! Genau! Und wieder mit extra Gast, und wir werden erst mal unseren Rivalen jetzt in den Hintern treten, weil der ist nämlich hier auf dieser Route. Wir sind jetzt auf Level 10, das hab ich noch nicht gezeigt, fällt mir grad ein. Vogel ist Level 10 und hat Windstoß und Sandwirbel. Vogel! Genau. Und Tino hat Rankenheap. Rankenheap ist gut. Rankenheap ist immer gut. Deswegen sind wir direkt als allererstes ein. Es war nicht ganz so effektiv gegen Pflanze, aber... Nein, vorhin nicht vorher. Flug, aber naja. Ja, der hat ein... Auf dem Anfang. Also der ist ein Flug. Oh, warte mal. Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es! Wahrscheinlich besitzt du nicht meinen Orden! Die Wache würde ich erst ja nicht durchlassen! Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Genau, den darfst du berlinern, der passt. Den darf ich berlinern, ja? Den darfst du berlinern. Ja, das ist kein schwerer Kampf, hoffe ich mal. Ja, kein schwerer Kampf. Erstmal kriegst du einen Egelsamm rein in die Schnauze und so, ne? Bepflanzt. Es gibt doch später noch stärkerer als Egelsamm. Schon. Wie heißen die denn? Ähm, ich weiß nicht, wie die heißen. Ah, du weißt, was ich meine, oder? Ich glaube... Natürlich, weil er jetzt Sandwirbel gemacht hat, weil der NR1 Sandwirbel macht! Penner. Ich hasse dieses Sandwirbel, 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 Sandwirbel und Sandwirbel. Sandwirbel, 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 Sandwirbel. Nicht sehr effektiv. Aber er hat es schön abgezogen, also. Alter, wie der dich einfach mal... Nur Sandwirbel. Aber das ist gut, dass du zumindest die Egelsamm schon mal reingeschlagen hast. Und die machen halt effektiv dauerhaft Schaden. Jo. Ich würde sagen, wir machen einfach immer so durchschnittliche Parts und dann... So ein bisschen die Story weitermachen in den Parts und dann wird ein bisschen trainiert. Genau. ...auf Screen, weil das ist halt langweilig. Ich will ja keinen Menschen sehen, wie ich trainiere. Wie wir trainieren. Stimmt. Und jetzt kommt natürlich Glomander und er kann natürlich jetzt Feuer attacken. Ich bin nicht so doof und dafür holen wir uns Vogel. Vogel! Nein, Bambi, das ist ein Stein. Das waren Schmetterlinge auf dem Aften. Egal, Stein ist besser. Und dann hat er zur Blume auch Vogel gesagt. Ich glaube, sie haben ihn dann sogar Blume genannt. Was? Das war doch das... Blume? Nein, Blume war das Dings. Ähm... Wie heißt... Das war das Stinktier. Na, das Stinktier hat ja auch Vogel gesagt. Ne, stimmt. Bambi hat Vogel gesagt. Nein, Bambi... Nein, das ist Blume. Blume war das. Blume war das Stinktier. Ich habe das... Ja, ich habe das letztes irgendwie vor Ewigkeit mal wieder geguckt oder so. Aber ich weiß das noch. Warte. Bambi hat Vogel gesagt. Und das Stinktier war Blume. Ne, dann hat, glaube ich, Klopfer ihm irgendwie noch gesagt. Blume? Egal. Was reden wir eigentlich hier? Wir sind bei Pokémon hier. Und Vogel hat... Wenn es jemand weiß, einfach in die Kommentare. Das ist immer nett, ja. Ach, wenn wir es bestimmt gleich nachgucken, aber... Oh nein! So viel... Oh nein! So viel Glück wie du kann man nicht haben. Ausrufezeichen. Du darfst in Berlin an. Oder kannst du ja nichts groß machen. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Gibt es, oder nicht? Ja, ja. Ich muss eh einen Weg finden, an ihnen vor B zu kommen. Du soll... Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ja, komm mal am Kopf zu, Kollege. Aufhören habe ich. Hättest du richtig viel. Sorry, ich bin keine gute Berlinerin. Du kommst hier nicht nach unten, du hast angeknüpft. Ja, ja. Es ist ein... Mankey. Kannst kein Mankey? Das ist ein Kampftyp. Den brauchen wir nicht. Ist ziemlich cool, aber brauchen wir nicht. Der wird schwer zu raser. Ist das die Arena? Nur mal gucken. So mal zeigen, dass man hier nicht durchkommt. Hier dürfen nur erfahrene Trainer passieren. Und du besitzt den Felsorden noch nicht. Befehl ist Befehl. Ich darf nicht... Ich darf dich nicht durchlassen. So. Pech. Arschkarte. Aber ich hätte gern einen Turbo-Träter oder so. Ich hoffe, hier gibt es auch Turbo-Träter. Ich meine ja, aber ich habe die noch nicht. Die kriegst du irgendwann von deiner Mutti. Ja, Mutter, geh mal den Turbo-Träter. Sonst gibt es hier auch ein Nuss. Du bist basic. Du bist basic. Du bist basic. Okay. Da war schon wieder Berlinerin. Und so, ne? Ja, du kannst ja da oben noch nach. Willst du nicht erst mal heilen? Ja, aber ich kann sagen. Ich habe übrigens das eine Ding hinter dem Busch geholt. Das war nur ein Trank. Also. Das habe ich jetzt so beim Trainieren erholt. Ich finde dein Pokémon für einen Moment meine auch gut. Ah, ich bin pink. Übersprungen. Ah, da, 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 da. Wir heilen jetzt deine Pokémon. Hihihi. 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 Oh, da wollte ich gleich hin. Hehehe. 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 Mh, 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 mh... Bertha, auf dem Weg nach Vertanya-Wald. Das ist aber der Wald. Auf dem Weg nach Vertanya-Wald. Es gibt ja noch kein Vertanya-Wald-Lied. Hier gab es doch noch irgendwo Gegengift. Da hinten vielleicht? Oh, was ist das? Raupi, kennst du Raupi, nicht? Jetzt wird das Mapbo später. Ich hab ne andere Version gespielt, du. Ist Vogel... oh. Ich wollte gerade fragen, ist das effektiv? Wind gegen Käfer? Ja. Ich bin noch nicht ganz so drin. Ich war ja nie ein Pokémon-Suchten. Ach, das war ein Pokéball, kein Gegengift. Nach dem Weg nach Vertanya-Suchten. Du warst kein Pokémon-Suchten, aber du kannst die Songs auswendig. Hä, warum gehst du nach Nicht-Links? Nach Nicht-Links? Da ist nix. Keine Ahnung. Ich hab die Songs erst seit nem... Vielleicht das erste Mal gehört, vor nem halben Jahr. Erste Trainerkampf. Uh, naja, komm. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. You don't say. Woher sieht der das? Dir läuft kein Pokémon hinterher? Oh, wie süß. Die eigene Herausforderung von Käfersammler-Bandu-Hondu wird von Käfersammler-Bandu in den Kampf geschickt. Ja, wenn du so schnell bist? Da ist den Ball, du. Du. Ich nicht. Doch. Weißt du, welcher Typ in der ersten Arena ist? Bestimmt normal, oder? Wie immer? Ähm, na, Stein. Ja? Ja, und dafür hab ich ja Pflanze. Als nächstes, danach kommt Wasser, danach kommt Donner. Danach kommt, ähm... Ich glaub, Pflanze. Hatte ich grad versucht, jemanden anzurücken? Nein. Warum? Nö. Ich hab grad nen Skype gerollt. Ich hab schon wegen dieses... Na, dieses, dieses... Als wenn nicht jemand anruft, aber sofort wieder auflegt. Oder du auflegt. Von mir nicht. Als wenn du jemanden anruft, aber auch belegt wird. Von mir nicht, nein. Nee, komisch. Also hier ist am besten Vogel. Nehm mir am besten einfach ne Vogel, fertig. Oh, das hab ich jetzt grad übersprungen. Egal, der labert sowieso nur... Schwachsinn. Nein, das musst du vorleben. Hey, ein Pokémon-Teiler stiehlt sich nicht so einfach vorbei. Äh, davon. Davon. Ja, vorbei hab ich jetzt gedacht, weil... An mir vorbei und so, ne? Weil ich bin ja rum rumgegangen. Okay. Was wär's da? Eusebius. Eusebius. Was ist das für ein Name? Von mir wird von Kepa sammeln der Eusebius in den Kopfkuchen. Den Namen hab ich noch nie gehört. Wietz. Da mag ich ja lieber Mattes. Auch Mattes. Und der Papagei. Oh Mattes. Schnuff. Was hast du, du mir Papagei? Ich würde nicht wissen, dass du dich für Drohungen genommen hast. Hä? Wie hast du denn das gerade getauscht? Select. Echt? Das geht? Ja, klar. Ich hab da mal lieber die Attack nicht standardmäßig immer reinhauen. Da lieber. Und da es ja ein Windtyp ist, äh, so ein Flugtyp. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Kokuna. Was ist Kokuna? Ähm, das. Kokon, halt. Oh, das ist furchtvoll. Das sieht doch richtig gut aus. Das ist ein Kokon. Da wird halt auch diese, das B-Bog raus. Oh Gott. Hm? Schmetterling? Äh, nein. Gine? Oh, ich wollte die Sandwirbel machen. Ah, verdammt. Ich wollte die Attacker machen. Vom Eintreffer kannst du ja... Oh, oder auch nicht. Der haut nicht zu. Deswegen wollte ich einfach Attacker machen. Das sind leichte Gegner. Ich lasse ihn jetzt auch in meinem Vogel ein bisschen trainieren. Das ist ja kein Problem, weil wir werden gleich sowieso nur, äh, hier, Bisasam einsetzen. Also, äh, Tino. Tino. Alter, mein Cousin heißt Tino. Das ist ein bisschen. Ja, und so wie ist meine Katze. Aber immer so genannt. Also immer. Tino. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Oh, ich lasse dich auch nicht gewinnen. Ich mach die Musik. Emil. Emil ist noch ein normaler Name. Emil stelle ich mir immer so einen kleinen, blonden Junge mit großen, blauen Augen vor. Emil stelle ich mir auch mal so einen kleinen vor. Auf keinen kleinen, 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 blonden. Keinen kleinen, blonden oder einen kleinen, blonden? Keinen kleinen, blonden. Wow. Das sind eigentlich easy Kämpfe mittlerweile hier und wir kommen da locker durch. Mittlerweile. Ja, wenn wir jetzt auf Level 2 gewesen wären, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Deswegen habe ich ja ein bisschen trainiert. Das mach ich eigentlich eh mal irgendwie. Bis das ganze Game ja ein bisschen trainieren halt. Hat nicht so lange gedauert, aber ein bisschen. Aber deswegen zieht sich das ja meistens zu spielen. Level 13. Rückzucki. Rückzucki. Ja, ich mein ja auch. Oh nein, alles ist schiefgegangen. Ich glaube, du solltest dir doch langsam mal dieses Sample holen, dann ist immer reinschneiden, wenn solche schlechten Witze kommen. Hm, hm. Werft jetzt viel Arbeit? Ich glaube, da würde ich jedes Video zehnmal das reinmachen. Weißt du, dass das Pokémon... Weißt du, dass sich Pokémon... Das Pokémon sich entwickelt... Äh, andersrum. Äh. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich würde auch gehen, dass Pokémon sich entwickeln. Ich würde auch gehen. Ja, aber es steht jetzt. Egal. Übrigens, so stand es genau, wie du es gerade gesagt hast. Du meinst, dass sich Pokémon entwickeln. Das Pokémon sich entwickeln, dass sich Pokémon entwickeln, geht auch? Beides geht. Ja, ja, aber da stand, dass Pokémon sich entwickeln. Und du hast gesagt, dass sich Pokémon entwickeln. Ist egal. Und dann hast du aber gesagt, dass auch das... Deswegen werde ich, glaube ich, mal irgendwann mal ein Spiel spielen, was nur auf Englisch ist, damit ich es übersetzen kann. Da muss ich nämlich nicht direkt vorlesen, sondern übersetzen. Ist einfacher. Obwohl, kann auch negativ sein. Das ist eher schwerer. Weiß nicht. Doch, vor allem, wenn dann so eine Schlaumeier wird. Das heißt aber gar nicht so. Das heißt so und so. Die können mich mal. Und vor allem, ähm, jeder, der irgendwie sagte, denn dein Team ist scheiße und so. Das ist mein Team. Damit spiele ich halt. Fertig. Bin sowieso noch nicht so ganz zufrieden mit dem Team, was ich vorhabe. Da ist einer noch, den kann man vielleicht austauschen. Ich weiß nicht, wie ich mich rein mache. Die Lu weiß, wenn ich meine, ne? Ja, entweder das, 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 das Drachenvieh, das, das Dings hier, oder das, das, ähm, was war das andere nochmal? Äh, das Krabi, Krabi, Krabi. Ah, das meinst du? Genau. Da muss ich überlegen. Aber beides ist halt ein bisschen doof zu trainieren. Naja, das erste ist zumindest doof zu trainieren, anfangs. Ich glaube, jetzt wissen schon mittlerweile alle, wer es ist. Und Kokuna und Safcorn hau ich um, weil die geben viele P. Zumindest mehr als ein Raubbjörn. Hornio. Oh, was? Trank. Was, ich glaube, damals war das das so, bei der roten und bei der blauen gab es halt nur, je nachdem, Hornio oder Raubbjörn. Das fand ich damals ein bisschen doof, weil ich ja damals, glaube ich, die rote gehabt. Äh, ja, ich glaube, die rote und ich glaube, da gab es nur Raubbjörn und kein Hornio. Fand ich damals ein bisschen doof. Heute ist es egal. Verpack' mal so ein. Der ist Level 9. Woher wusste ich das? Wer wartet? Ich hab mich erinnert, dass irgendjemand war mit Level, fast Level 10 oder den 9, irgendwie sowas. In dem Wald, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Ich hab das vor Ewigkeit mal wieder gezockt, das Game hier, also, das muss ich wissen. Aber wie schnell die leveln, ey, das geht richtig krass. Ja. Bei den Älteren geht das nicht so schnell, glaube ich. Äh, bei den Neueren. Also, und wenn irgendjemand sagt, ich hätte irgendwie so einen Hack oder so drin, nein, hab ich nicht. Das ist alles komplett normal, alles Standard, wie ist es halt levelt. Ich weiß auch. Wie ist es halt levelt. Kein Cheat drin, kein gar nichts. Ich pass' auch. Ja, sie passt auch. Und wenn ich einen Cheat reinmache, dann krieg ich von ihr auch eine Nuss. Wirklich. Nee, dann schau' ich den Kopf ab. Steh' ich drauf. So, wir sind da. Ich bin da, wenn noch. Ah, wer kennt das Zitat? Ecke. Bla, 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 bla. Wir heilen deine Pokémon und danke für das Essen. Willkommen im Pokémon Center. Wir kommen wieder vorbei. Da ist das Museum übrigens, da kann man auch reingehen, aber das lohnt sich nicht wirklich. Da musst du bezahlen, was? Ja, eben. Sieht bescheuert aus, oder was? Bezahlen? Ich und bezahlen, aber ich will noch nicht speichern, das ist mir egal. Hier kann man jetzt mit dem reden. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon Champion. Ja, das steht auch immer auf meiner Stirn. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Ja. Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze des, äh, der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Ja, ist klar. You don't say. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, äh, können Kämpfe leichter werden. Ach nee. Probier es aus, um deinen Gegner besiegen zu können. Äh. Um so deinen Gegner besser besiegen zu können. Ach, besser besiegen zu können. Ja, tut mir leid, aber es ist selber. Ist hier echt nur ein Gegner und dann der Arena-Liste? Das ist übrigens der beste Kerl, den es gibt. Ähm. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Verstehst du es? Lichtjahre? Hm. Äh. Vor allem Lichtjahre Entfernung und nicht Zeit. Ja, ja. Level 10er, das kann ein bisschen schwierig werden. Vor allem, weil Rocco, glaube ich, ein Level 12er hat, wobei ich mich noch erinnere. Oh. Naja, du bist jetzt gleich Level 11. Tatsache, Level 11. Ist da echt nur ein Gegner vorhin? Jo. Und das ist nicht mal Gesteintyp, den wir jetzt hier haben. Das ist Boden. Macht trotzdem gut Schaden. Aber nicht komplett. Hm. Sandwirbel. Das ist diese Attacke. Ich glaube, das hasst jeder irgendwie, diese Attacke. Bei Pokémon. Jeder. Hm, ich hasse eher diese Vergiftungsattacken. Ja, die sind auch. Bisschen blöd. Bisschen blöd, diese... Oder Schlafattacken. Schlafattacken. Da hat er auch gesagt, Lichtjahre messen die Entfernung und nicht die Zeit. Ich bin der Heinerleiter von Mamoria City. Rocco. Mamoria City, so hieß das ja, genau. Äh, meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deswegen trainiere ich Stein-Pokémon. Badum. Tsch. Ja, jetzt nicht. Ja, war ein bisschen verspätet. Willst du es noch einmal mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Ach, ich durfte gar nicht antworten. Ich mag die Musik, ach, ich liebe die Musik. So ein bisschen nostalgisch auch noch. Level 12. Anscheinend hat er doch Level 12 und Level 14. Genau. Das kann schwer werden. Los, knall rein. Das kann schwer werden, muss aber nicht. Level ab. Yay, Level 13. Tino kloppt richtig rein. Tino? Tino. Hab ich doch gesagt, Tino. Vielleicht kam es ein bisschen falsch aus meinem Mund raus. Oh, nix. Ach, oh, nix. Oh, nix fand ich auch mal cool. Da gab es bei der zweiten, äh, nicht bei der zweiten, bei der zweiten Generation, ähm, hier, wie heißt es nochmal, ähm, komm mal tauschen gegen Knuffenser, Knuffenser gegen Oh, nix bei so einem, bei MPC, weißt du? Ja. Und das war irgendwie einer meiner Lieblinge immer. Da habe ich immer mit ihm gehabt. Ach, sag nicht, es ist die Klammergriff-Version von der alten Version. Gut, Gott sei Dank nicht, weil dann greift er mich die ganze Zeit nur an und man kann halt nichts machen. Das war schon. Du hättest gar kein Egersamen verschwenden müssen. Ja. Hä, sind hier in jeder Arena vorher nur ein Trainer? Nein, das ist nur die erste Arena. Sind dann später auch Rätsel? Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Fels aus und als Zeichen meiner Ehrerbietung. Sind dann später auch Rätsel in den Arenen? Ich glaube, ja. Gut, weil die finde ich nämlich super, weil die erstmal Rätsel. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Personen, die den Orden tragen, werden stärker. Und von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Ich habe Blitz gehasst, ich hasse Blitz auch immer noch. Unnötig. Blitz ist doch, dass du in, ähm... Natürlich müssen jetzt, äh... Natürlich muss, äh, die Attacke beherrscht werden. Müß? Muss, müß. Ähm, Blitz ist doch, dass in Höhlen Licht ist, ne? Jo. Warte, nimm das hier mit. TM 39. Gibt's auch eine TM 1? Blabla, Ende deiner Attacke, wissen wir. Man kann eine TM bla bla neu verwenden, das kennen wir auch alles. Das wollte ich nicht vorlesen, bla bla. Ist Felsgrab. Hey, Felsgrab ist cool. Bist du noch da? Okay, sie ist gerade nicht da, dann machen wir eben Pause. So, weiter geht's. Äh, ich sehe nichts. Oh, vergessen. Moment. Und, weiter geht's. Jetzt sehe ich was. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihnen begraben. Der Init-Wert des Gegners wird... Der Initiative-Wert. Also Init. Ich habe immer Init gesagt früher, ich sage heute auch noch Init. Sagst du auch T-Nage? Habe ich früher gesagt, sage ich heute nicht mehr. T-Nage. Ach ja, ich glaube, da kennen bestimmt einige, die da damals diese Edition gezockt haben. Die ersten. Oder diese Edition, ist ja genau gleich eigentlich. Ich bin damals noch ganz oldschool mit den allerersten aufgewachsen. Bla 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 bla. Übersprung. Äh, blablabla. Wir wollen nicht noch mal mit dir reden. Oder Nuss. Genau so. Genau so sehe ich die. Ist das kein Träner? Was macht er denn hier? Oh, Claudi. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Das kann jeder sagen von sich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm das bitte. Das ist bestimmt... Lass mal ran. Die Turbo-Träter? Die bringt dir normalerweise Mama. Turbo-Träter. Die bringt dir aber trotzdem Mama. Die drücke den B-Knopf, bla bla bla. Jetzt können wir richtig schnell... Ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Bla. Bis die Tage. Wirsing. Wirsing. Ein Brief ist dabei. Hallo, Claudi. Das musst du vorlesen. Das ist nämlich Mama. Hier ein paar Turbo-Träter für meinen geliebten Tränen. Denk daran. Ich drücke dir stets die Daumen und den B-Knopf. Gib nie auf. Deine Mama. Das war schön. Das war schön. Erster Kampf. Was starrst du mich so an? Die starr ich nicht an. Das ist Jailbait-Territorium. Gehre Riccarda. Das ist Jailbait-Territorium. Die starr ich nicht an. Taubsi gegen Taubsi. Oh, nee, doch nicht. Tino ist nach vorne. Sind wir jetzt eigentlich auf Route 3? Ich glaub ja, oder? Weiß ich nicht. Hab ich jetzt nicht gesagt. Aua. Oh, mein Arm. Schon wieder. Immer noch. Oh Gott, Entschuldigung. Hör auf, steckt an. Machen wir doch mal lieber Vogel. Also Vogelfight. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Nochmal Taubsi. Aber warum hat die nur Taubsi? Sieht die dumme Tuse hier? Ich finde es generell so unnötig, wenn man dreimal das gleiche Pokémon oder so hat. Würde ich nie machen. Ich suche mir mal so ein richtig ausgewähltes Team aus. Also das Team bei mir ist ready. Ich werde es nicht komplett sagen. Also das werdet ihr so, 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 also im Laufe des Games sehen. Und Vorschläge bringen nichts, weil wir das am Stück aufnehmen. Also nicht am Stück, aber... Wir nehmen es auf und laden es dann halt hoch. Also ich nehme es komplett auf und dann laden es später hoch. Und das Team, also Tipps, ist egal. Du bist gefährlich. Uh, ich bin gefährlich. Nein, das geht so. Du bist gefährlich. Hör auf, Leute anzustand. Da musst du auch nicht kämpfen. Ich wusste, ich wollte das immer nicht machen, was sie sagt. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Ui. Da wissen wir schon, was wir als Gegner haben, oder? Auf dem Weg nach Vertania sind. Ist gut. Attila. Attila, der Rune. Ich kannte mal einen Attila. Hey, echt? Ja. Und warum setzt du nicht taub sie ein? Du bist doch blöd. Weil ich den gerade vorne habe und weil ich gerade zu faul bin zum Tauschen. Dann tausch jetzt. Hatte ich gerade vor. Oh, Leo. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich bin so, so sorry, sorry. Manchmal betreibt sie's, oder? Könnt ihr gerne unten reinschreiben, ne? Ob sie's übertreibt oder nicht. Wenn ich übertreib's. Aber ist auch niedlich irgendwo. Das macht dich auch irgendwie so ein bisschen niedlich. Oh, ich bin süß. I'm so sweet. Das aber nicht. Mir fällt dann wirklich, mir fällt wieder ein Lied ein. Kennst du von Dot? Von den Animaniacs? Da gibt's auch so ein Lied. Ich bin süß. Das kenn ich nicht. Dann sing's jetzt bitte nicht. Ich bin süß. Das ist, ich kann das gar nicht singen. Ich hab das nur zweimal gehört oder so. Ich zeig dir das mal irgendwann. Ja, und, ähm, Schnitzelbank. Sie wollen dich, nur dich. Oh, du schöne, oh, du schöne, oh, du schöne Schnitzelbank. Oh, hab ich gerade so übersprungen, was er gesagt haben wollte? Egal. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Das mach ich eigentlich auch. Hab ich auch irgendwie immer. Und Tenaga. Hey, ein Tenaga. Ein Teenager. Tenaga. Raten, Fratz. Rat... Ratfratz. Oh, Ratfratz. Mua. Ich mach das Vieh nicht. Das ist so ein useless Vieh irgendwo. Wobei die Entwicklung mit Hyperzahn ist richtig stark. Hyperzahn kann kretten und dann, äh, one-shotten. Hab ich schon ein paar Mal gehabt. Da tausch ich. Was hat der Enge? Ich hab gar nicht gelesen. Raten. Umgekehrt ist es Natter. Wer ist Rettern? Oh. Ach, um so eine Ideen müssen wir erstmal kommen. Ach, du hast ja die Serie nie geguckt, deswegen. Nö. Und die Entwicklung ist Arbok. Lies mal rückwärts. Arbok. Obra? Cobra. Cobra. Cobra, ach so. Cobra. Natürlich, Cobra. Alarm für Cobra 11. Nein, andere Cobra mach ich gerade. Das ist auch wieder so ein kleiner Mini-Insider. Ah, wir sind ja kurz vor Entwicklungen, ne? Echt? Ja, vor zwei Entwicklungen. Hä, wie entwickeln sie sich nicht bei 20? Wer? Deine Dinger. Ähm. Dings entwickelt sich immer auf Level 16. Und Taubi, äh, Taubsi auf, äh, Tauburger auch mal auf, äh, 16. Normalerweise. Aha. Ich würde sagen, wir machen den Trainer und danach machen wir jetzt mal einen Cut. Jo. Außerdem kommen wir dann wahrscheinlich wohl an Entwicklungen ran. Wow, Volltreffer. Und dann können wir erst mal auf unsere Pokémon heilen gehen. Ähm. Zumindest an alle Entwicklungen komme ich dran, wenn ich jetzt nämlich mit Dings zocke, also, äh, fighte. Mit Vogel. Vogel! Vogel ist cool. Wow, wie viele Tiere der hat. Tiere, Pokémon. Das ist das Gleiche. Joa. Oh, Kokuna. Kokuna ist, äh, One-Shot, gibt mir easy, ja gut, äh, vielleicht Two-Shot, aber gibt mir easy EP. Ah, sogar wirklich One-Shot. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal irgendwie noch einen fangen müssen, äh, wegen Blitz, aber dann werde ich dann wahrscheinlich ihn auf die Box lagern oder so. Bis ich dann halt irgendjemanden habe, den ich wirklich, ähm, mitnehmen möchte immer. Also wichtig, äh, mit dem Team habe. Und Level Up haben wir jetzt. Und wahrscheinlich wohl, ja, nicht nur Level Up, sondern gleichzeitig auch noch Entwicklung. Hä, wo steht denn das? Damit sehen. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ist klar. Doch noch nicht Entwicklung, anscheinend doch erst ab Level... So. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz heilen und dann kommen wir wieder hierhin und dann... Das müssen wir nicht im Video haben. Das können wir doch reinmachen. Ich wollte nämlich gerade noch, ich wollte nämlich gerade noch zu Ende meinem Monolog führen. Okay. Ähm, anscheinend ist es doch erst ab Level 18. Hm, hast du doch recht gehabt, fast. Okay, wir sind wieder da. Was machst du denn da? Ich speede eben vor und, äh, ab hier machen wir erstmal Pause und dann bis zum nächsten Mal, ne? Äh, der stoppt bei mir. Okay, tschüss. Tschüss.